Blutblutiger Kryptomarkt. So sieht es nämlich aus. Krypto zeigt sich von einer überaus schlechten Seite. Wir haben in den letzten 60 Minuten einen Crash von mehr als 1000 Dollar gesehen. Und wir werden auch auf die Gründe eingehen. Es gibt einige Zahlen, Daten, Fakten, auf die wir uns konzentrieren sollten. Und besonders auch die Frage, wie geht es eigentlich weiter. Dieses Video werde ich aber als Teil 2 heute Abend hochladen. Und wie das Ganze ausschaut, ob es Unsicherheiten gibt, wie wir als Krypto-Investoren eigentlich so eine negative Marktlage bewerten sollen. Und all das werdet ihr im jetzigen Video finden und im Video heute Abend. Anders kann man es nicht sagen, Krypto sieht aktuell nicht besonders gut aus. Auch bei Bitcoin haben wir in den letzten 60 Minuten einen Abverkauf von über 1000 Dollar gesehen. Schauen wir auf den Kryptomarkt, dann werden wir hier zweierlei Dinge sehen. Denn erstens ja überaus schlechte Performance und zweitens womöglich auch überaus gute Einstiegskurse liegt natürlich immer im Auge des Betrachters, wie man solche Informationen bewerten sollte. Auch eine hohe Liquidierung haben wir in den letzten einigen Stunden gesehen. Dennoch sind sich viele Future Hände einig. Wir gehen alle long, mindestens 204 Millionen US-Dollar, auch auf long Positionen gesetzt. Und der Markt spekuliert natürlich, dass das Ganze nur kurzfristiger Natur ist. Ich persönlich glaube, sobald die einzelnen Future Händler auch ihre Gewinne eingefahren haben, werden sie beginnen auch abzuverkaufen. Auch der gesamte Kryptomarkt steht im Fokus von Bitcoin und auch Silvergate. Und dazu schauen wir uns das Ganze an, denn Silvergate ist hier der Auslöser des Ganzen. Denn die Silvergate Bank hat nämlich verzögerte Einreichungen für ihr 10K-Bericht gegenüber der SEC auch mitgeteilt, dass es da auch im Hintergrund Verzögerungen gibt und dass sie da nochmal zusätzliche Zeit benötigen, um letztlich einen unabhängigen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zugestatten, bestimmte Prüfungsverfahren abzuschließen. Aber Freunde, ich glaube für uns ist alle klar, was das für uns bedeutet, für die Bank bedeutet. Ja, da wurde womöglich nicht sauber gearbeitet. Da gibt es irgendwelche größeren Issues, die erstens zusätzliche Zeit brauchen und natürlich einen unabhängigen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, um letzten Endes viel kollateral auch zu vermeiden. Und auch hier sind sich die Investoren und auch die einzelnen Beteiligungen klar einig. Ja, hier verkaufen und an diesem Punkt kam die berechtigte Frage, ob womöglich MicroStrategy was damit zu tun haben könnte. Und sie haben sich klar gegenüber der Silvergate Bank distanziert und sagten auch, wir haben da keine Assets, keine Partnerschaften, keine Vereinbarungen. Deswegen Leute, bleibt cool. Und in dem Punkt, ja, scheint es so zu sein, als würde Bitcoin erstmal gerade nicht so super laufen. Dennoch dürfen wir nicht vergessen, dass wir laut dem Rainbow Chart auf einem sehr, sehr guten Weg sind. Und einige Side-Infos, by the way, HSBC will nämlich Crypto-Zahlungen verbieten, was ich so persönlich nicht nachvollziehen kann, weil nämlich auch HSBC darauf aus ist, auch Tokenisierungspläne zu verfolgen, die in der Zukunft anstehen. Und auch die Zusammenarbeit mit Oracles und auch mit Quant steht hier auch im Vordergrund. Das war so mein erster Gedanke. Und ja, wenn es rein um die Zahlungen geht, wollen sie das womöglich verbieten. Aber nehmen trotzdem die Möglichkeiten der Blockchain-Technologie an, um Assets zu tokenisieren, finde ich ein bisschen fragwürdig. Und an diesem Punkt, ja, nimmt auch der gesamte TVL ab. Wir sehen hier rote, rote Zahlen und ein Blutbad, wenn es um die TVL geht. Auch irgendwo nachvollziehbar. Dennoch dürfen wir nicht vergessen, dass die einzelnen Protokolle weiterhin gute, gute Zahlen schreiben. Wenn nicht super Zahlen, aber immer noch gute Zahlen. Auch im Layer-2-Markt sieht das sehr, sehr schlecht aus. Dennoch ist die Tendenz steigend, was ich persönlich sehr spannend und auch gut finde. Der 4-Greed-Index, komischerweise ist das Ganze immer noch auf einem neutralen Wert. Normalerweise ist das letzte Update immer über Nacht, soweit ich weiß. Aber wundert mich, dass alles immer noch neutral gesehen wird. Aber okay, die SEC sagte gegenüber vielen Exchanges aus, dass sie nicht qualifiziert sind, auch die Assets zu lagern. Und das ist eine klare Positionierung von Gary Gensler gegenüber der einzelnen Börsen. Und ich glaube, auch in Zukunft werden wir hier auch einen kleineren Kampf nicht nur um Kryptowährungen sehen, die verboten werden sollen oder geprüft werden sollen, sondern auch direkt gegenüber Börsen und Leuten. Das könnte nämlich sehr, sehr groß enden, beziehungsweise auch schlecht enden. Über einzelne Kryptowährungsprojekte ist das Ganze immer unbedenklich, weil es ja nur die Leute betrifft, die auch in die Kryptoprojekte investieren. Aber stellt euch mal vor, Gary Gensler geht gegenüber Binance vor, geht gegenüber Coinbase vor, geht gegenüber Creighton vor. Was das für eine Unsicherheit auf dem Markt herrschen würde. Es wäre letzten Endes ein Punkt, wo DeFi gewinnen würde. Dennoch würde im selben Zuge sehr viel Marktkapitalisierung aus Krypto eben doch entnommen werden. Und eine letzte Nachricht. Ja, auch auf Abitrom ein überaus gut funktionierendes Ökosystem sammeln sich und tummeln sich immer wieder Scams. Denn auch Abiswap hatte hier einen Ruckpool hingelegt. Und ja, mir tut es natürlich leid um die Leute, die investiert haben. Dennoch dürfen wir nicht vergessen, dass wir immer researchen sollen, dass wir immer gucken müssen, wo wir unser Geld investieren. Und auch eine wichtige Sache. Ich hatte Abiswap auch vor Wochen gesehen, habe dieses Projekt geresearcht und letzten Endes während meines Researches aufgefallen, dass mir das Ganze doch ein bisschen zu spooky vorkommt und deswegen nicht investiert. Deswegen vertraut auf euer Bauchgefühl, vertraut auf euer Können, wenn ihr neue Projekte investiert. Research. Es geht schon da los, dass die Mitglieder nicht gedoxt sind. Und das war nämlich bei mir der Grund, wo ich gesagt habe, ich lasse lieber die Finger davon. Und das hat mir letzten Endes auch ein bisschen Geld, auch wenn es nicht viel ist, ein bisschen Geld dann auch gesichert. Leute, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Hinterlasst mir gerne ein Like, gerne eine Bewertung da. Und ich wünsche euch allen einen wunderbaren Freitag. Bis dahin. Ciao, ciao.